Grüße Machen wir gleich mal weiter wo wir das letzte Mal aufgehört haben Jetzt gehts ans Geld machen ans Geld machen Grafik mäßig muss ich ja wirklich sagen das ist ja Wahnsinn das ist jetzt die PC-Version ich habe jetzt komplett neu angefangen angefangen Ich werde dann mal kurz meine 2 Runden fahren 5 Runden oder mal Loppe suchen okay wir haben relativ wenig Geld Ich habe übrigens das Epic GameCups übrigens in April GTA Enterprise Paket gratis da habe ich sie jetzt erst installiert Ja was haben wir jetzt in den letzten Videos gemacht wir haben sich das Enterprise Paket einmal genauer angeschaut was gab es gratis wir haben sich das gratis alles jetzt einmal geholt und ja wir werden da jetzt ein bisschen Kohle machen um um wo go wir werden desferraten da Das ist ja lustig, dass du das jetzt da auf der PlayStation 4 war gemerkt, das ist jetzt halb drei in der Früh. Samstag, jetzt wenn ihr das Video seid, ist das schon unter der Woche. Waren die Loppels noch voll. Mal schauen, wie es auf dem PC ausschaut. Man soll es nicht glauben, um halb drei in der Früh auf PlayStation 4 die Loppels voll. Man soll es nicht glauben. Freitag auf Samsung war das übrigens. Auszeichnung haben wir auch wieder gekriegt, super. Ich habe hier noch überhaupt nichts. Ich habe hier lediglich eine Falschgelddruckerei, könnt ihr das Material stellen. Ich habe die Schatzsuche nicht, ich habe die Jagdschensuche nicht, die Karten, die Glücksrad oder wie das. Diamond, Gewandl, das ist ja auch alles. Es war ja recht leibern am Anfang des Jahres, aber da habe ich jetzt auch ein Video gemacht. Das muss ich da nicht unbedingt haben. Ja, wie gesagt, ich habe da euch eh schon gesagt, was unnötig ist. Ja, da auf dieser Variante spiele ich einen männlichen Charakter, den Brian O'Connor. Und auf der Plätze schon für die Nikita. Grafikmäßig muss ich sagen, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich habe nichts installiert, also nicht klar, ich habe ihn auch mal installiert. Ja, Lucky 5 film ich nicht. Ich wollte das eigentlich auf Rollplay irgendwie aufbauen. Aber dort existiert nur das eine, das TeamSpeak. Aber das Discord funktioniert dort nicht, aber ist eh wurscht. Das Rollplay zeigt, das muss ich eh nicht unbedingt haben. Mit Mods. Obwohl, wir werden mal schauen, was so gebe. Aber das lassen wir nicht da rüber, glaube ich. Der macht das eh ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Die Zeit lang hat es Enrico Italia angebracht, aber wann er da los, hat damit ein bisschen aufgehört. Der Grund, warum ich jetzt neu anfange, habe ich bereits erwähnt. Weil ich euch zeigen möchte, welche Fehler wir alle gemacht haben. Was wir alles unnötig gekauft haben. Vor allem, was wir unnötig gekauft haben. Also, wir könnten unsere Lagerhallen anräumen. Und auch verkaufen. Oder tun wir auch mal ein bisschen Geld. Viel Geld. Das Playstation 4 weiß ja keine Kunst, weil da habe ich 35 Millionen. Aber hier habe ich lediglich jetzt, glaube ich, über 12.000. Da werden wir auch keinen Spaß haben. Eine Kiste kostet jetzt schon leider nicht 8.000. Da kostet der Kiste schon leider nicht 8.000. Und... Es ist ein Wahnsinn eigentlich, dass man... Ich schwöre es euch jetzt, ich gebe euch jetzt eine... Ich gebe euch jetzt eine... Ich würde jetzt so gerne auf die Playstation 4 wechseln. Und ich sage euch jetzt... Und ich sage euch eins... Ja... Da war die Hütten voll. Ja... Okay... Gut... 100 Dollar haben wir trotzdem gezahlt. Das ist mein aktueller Kontostand. Das ist mein aktueller Kontostand. Also das ist mein aktueller Kontostand. 14.703. Und wir sind zu zweit. Jetzt werden wir mal was probieren. Eine neue Sitzung finden. Wir schauen aufs Schnellerland. Ich würde das schon ganz gerne mit dem Mr. Bean machen. Also... Pff... Ohne der Sand ist es ja nicht. Das... Easy classic. Da, wo es dreimal RP und dreimal Geld klaubert. Das würde ich schon ganz gerne machen. Spanpunkten ist halt normal, aber... Uff, das ist aber schnell. Klar. Bist du teppert. Lecken du mich am Arsch. Konkurrenzkampf. Welche sind wir denn da eigentlich? Neue Waffenerweiterung. Wo war denn eigentlich der Spanpunkt? Klubhaus. Apartment. Nächstes Mal. Neue Waffenerweiterung. Neue Waffenerweiterung. Neue Waffenerweiterung. Neue Waffenerweiterung. Neue Waffenerweiterung. Ebenwolle sind so eine Sch-äuss Missionen. Was... Können wir eigentlich ins Casino? Ich sagte, ich bin da Rang 4 Also Rang 3 Entschuldigung Und männlich Und so im Laufe der Zeit werden natürlich immer die ganzen Hoffnung freigeschaltet Aber es wird eigentlich eh einmal Zeit, dass ich Bekenntnis eigentlich Was haben wir denn damals eigentlich beim Lest? Ah ja, den Überfall Den Überfall Ja, ja, der Überfall war das Ja, fangen wir mal jetzt einmal Casino Dann werden wir mal schauen, ob wir Pegasus anrufen können Dann werden wir mal Weil heißig An Material stellen Was auch Neuland ist für mich Den werden wir jetzt nicht was denken Bei einem Mann, halt das gleich die Tiere auf Na, habt ihr es jetzt gesehen? Nein, warte Warte, jetzt kriegen wir da die Einführung von Unseren alten Kollegen Unseren alten Kollegen Vincent, genau Nicht schrecken Das ist die PC-Version, Leute Nicht schrecken Alter, schaut ihr jetzt komplett anders aus als auf der PlayStation 4 Alter, das schaut komplett anders aus, oder? Gut, ich kann mich jetzt nicht mehr so erinnern So, come und bitte In der back We're all warm 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 Over here Is our bar Area That's our And our woman Josephine Hey, Josephine Josephine Oh Champagne, Waff's, was? Okay Das ist natürlich die Frage, ob ich tragen kann. Ich will meine Hälfte halten, damit sie jetzt... Die haben wir jetzt auch gekriegt, ja. Das ist natürlich die Frage. Das Pentos habe ich jetzt ja nicht. Das Pentos. Da seht ihr auch, das U-Pate Pentos gibt es jetzt auch. Da seht ihr auch, was es eigentlich ist, Heiroler. Was das eigentlich alles kostet. Da war der Grundris. 6 Millionen, das war ja Wahnsinn. Da seht ihr mal, was wir eigentlich ausgeben haben. 5.000 haben wir gleich gekriegt für Jeeps. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Na ja, da seht ihr jetzt einmal. Wo es wir eigentlich auch nicht eigentlich ausgeben haben. Oder weil wir es teilweise gratis gekriegt haben. Und? Oder seht ihr mal, was wir so ausgeben haben. Das ist ja auch... Diese Pentos war ja eigentlich ohne Weg. Absteige. Die Stille Grau hat das Gesamtpass 1,5. Grundris. Das hat auch so auch nicht viel geändert. Das ist also was von unnötig gewesen. Der Grundris. Der Grundris. Der Grundris. Ich kann ja auch darin. Ich hab ja 7.000 wirst. 6.000 wirst. 6.000 Euro Jawohl, wieder 30 Geh nicht da hin Jawohl, Baby Geht jeder hin, jetzt haben wir einen aktuellen Stand 14, normal habe ich mir 34 Achso, das haben wir Ja Ist ein bisschen umständlich Da jetzt bei Weil das ein bisschen alles ein bisschen detailliert ist Da Als Gelb verdient, das haben wir 30 Ja, was haben wir Haben wir schon mal 44 Also Haben wir schon mal 44 Zocken haben wir keine Zeit Ich gebe her die 6 Ich gebe her die 6 Ich gebe her die 6 Ich habe keine Zeit zum zocken Und das tun sie gleich Achja 50 haben wir schon 50 Sehr gut Wir haben keine Zeit zum zocken Wir haben keine Zeit zum zocken Oh Hi, da wohnet mein Auto Wo hast du denn mein Auto hingepackt? In einer Passiv, ja. Wo hast du denn mein Auto hingepackt? Die Tiere haben uns allein noch aufgehalten. So ein Wauplot. Meitgeber auch. Um kein Probably. Das ist ja. Dr Ohr, Ihr Executive Assistant. Hier sind wir teig tutschenbleثر. Wenn Du möchtest, sektor spreads arqu triumph ein To Имpurchsignale Cloud Aurelost Ad might sein. Na Mordentum eine Möglichkeit zu för free und amisak gewearbeitet vor allem. Hier werden knappen Tablet Он hab possess. Und das sind also unnötige Sachen, die braucht ihr nicht, das sind unnötige Sachen, so was wollten wir jetzt, so ja, mit der Falschgeldugautomat nochmal, da wollten wir einmal ein Geld beschaffen, so ja, am Anfang ist das ein bisschen lustig, wenn man wirklich von ganz von unten anfängt, so ja, wurscht, ehrlich gesagt, könnte man ja ein Helikopter nehmen, aber ist das ein Waffe, Ding, kann ich jetzt eigentlich schon ein Pegasus anrufen, ja, Die Wahnsinnige geht mir da einmal, das war so eine unnötige Sache, Kann ich jetzt ein Waffe, kann ich jetzt ein Waffe, Helikopter, Oho, 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 200er haben das gekostet, Ist so tippert, Na gut, dann fahren wir es halt, Ja, Ja, Das ist es halt, Wird noch langer Weg werden bis zum, Deluxe, Delorean, und zum Noobike, Aber warte einmal, Scheiße, das hat das, Flugflugzeug hat zwei Wochen gratis gegeben, gell, Ja, selber schuld, selber schuld, auch selber schuld, auch selber schuld, So, ja, Dexter, konntest du auch schreiben, da, Aber, mir wundert eines, dass das niemand spielt, das Easy Classic, Das wundert mich echt, Aber, da kommst du richtig, da machst du ja wirklich die, so richtig, die Anfangsmonate, ich kann mich ja eh noch ganz gut erinnern, den ganzen Schaus, Ja, ja, das ist eh das, was ich gehabt habe am Anfang, Das ist eh mein Schatzi, das ist eh mein Schatzi Büro, Schatzi Geldfischer Büro, Schatzi Geldfischer Büro, Ja, Einrichten ist gut und schön, Es ist eh Wahnsinn, wie das alles lau ausgeschaut hat, Das ist eh Wahnsinn, Alter, Das müssen wir immer so richtig wieder einmal geben, Ich war auch gespannt, ob die Waschmaschine da auch so verkehrt rennt, wie bei der Playstation 4, Ist euch das jemals, ich mein, ich weiß jetzt nicht, also ich mein, nach sieben Jahren, wann, Da ist oft die Frau, und haut das, 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 das Geld rein, Ja, Oder irgendwie, habt ihr eigentlich einmal auf die Waschmaschine hingeschaut, so richtig, auf der Playstation 4 Version, Das ist eh Wahnsinn, Ja, Wie gesagt, ich könnte stellen, nicht da, bei der Waschmaschine, Ja, Was kostet denn da eigentlich, auf ein paar 70, Äh, Verbesserungen kaufen, Sie mir erst einrichten, bevor sie die Verbesserung kaufen können, Okay, Du musst die Einrichtungen erst tun, Ja, das werden wir jetzt einmal machen, recht interessant, Ach Gott, ja, Du musst ja das holen, Genau, Was, Warte, Als Präsident, kannst du ein andregen, oder, Genau, da muss ich das, Leute, das musst du jetzt beim ehren ersten Mal machen, wenn es nämlich, Hast schon, brauchst es dann nicht mehr. Ja, also das magst du nur beim ersten Mal die Einrichtung holen. Das heißt, äh, hä? Ah ja, das sind die Fotos für das. Das magst du nur beim ersten Mal, wenn du das einrichtest. Also wenn du das dann schon holst, da ist den ganzen Schaus, Palawatsch, brauchst du es dann nimmer. Das einzige, was du dann noch kaufen, das einzige, was du dann noch kaufen, leider muss, sind die Erweiterungen wieder. Aber die Einrichtungen selber brauchst du dann nimmer machen. Das ist das Gute dran. Ja, aber das war immer rechts, das war immer ein LKW normal. Aber ich hab das schon ewig nimmer gemacht. Das gilt übrigens bei allen anderen Unternehmen auch. Wenn du es einmal eingerichtet hast, dann hast du es eingerichtet. Das brauchst du dann den Schaus dann nimmer machen und wechseln sie noch mehr. Mal schauen, ob ich die Kollegen anschießen. Ja, ich muss ehrlich dazu sagen, es ist ganz geil, die Version da. Ja, also kann sich wirklich wachsen, da gibt es. Rindt eigentlich sehr flüssig. Rindt eigentlich sehr flüssig. Ja. Das war der Booster hinten, glaube ich. aber wie gesagt, das ist, wo man ganz am Anfang steht, war das recht lustig. Und wie gesagt, ich habe hier und heute neu angefangen. Neu angefangen. Ja. Ich will euch nur zeigen, was man vielleicht falsch machen könnten. Naja, der wird mich jetzt wieder wahrscheinlich ausschießen. Ja, nicht einmal. Ich habe jetzt hier neu begonnen. Komplett neu. Ja. Ja. War jetzt erwarten. Das sind so die Typen jetzt wieder, die, die einen Rang haben. Ja. Sie sehen eh schon, ich bin ein Dreier. Bitte Galschein. Lass mich in Ruhe. Ich zeig schon gar keine Reaktion. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, die haben bezahlt. Lassen da aber schnell eine Uhr. Bis du teppert. Das bin ich jetzt nicht gewohnt. Das bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewohnt, Leute. Die haben mich zweimal angeschossen. Die haben gesagt, aha, warte, ich reagiere gar nicht drauf. Ja, das, das taugt mir. Also das, das taugt mir. Also das, muss ich sagen, Hudo. Also, er hätte mich durchaus können jetzt anschützen. Ja, also er hätte mich können liquidieren. Aber das bin ich jetzt gar nicht gewohnt. Also das, Freunde, ja, wir sind noch nicht da, habe ich gesagt, aber wir sind noch nicht da, aber das bin ich jetzt nicht gewohnt. Also das, muss ich sagen, Respekt jetzt. Ich meine, was willst du denn? Ich bin ein Dreier. Ich bin ein armer Zwutschgerl. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein armer Zwutschgerl. die paar hundert Meter lassen wir auch noch in Ruhe. Du, heiße. Der hat auch keine Reaktion gezeigt. Der hat sich auch sein, der denkt. Also das muss ich jetzt sagen, Respekt. 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 Also auf der PlayStation 4 war ich jetzt wahrscheinlich schon fünfmal angeschossen worden. Also zu ehrlich muss ich jetzt sein. Also da war ich aber ich hab's gesehen, ich hab dran gehabt, der hat mich zweimal angeschossen. Hab gesehen, aha, warte, der zeigt keine Reaktion. Legt mich in Arsch. Ja. Ah ja, da muss ich schon sagen, der hat sich denkt, fuck you, legt mich in Arsch. Ja, da auch, jetzt hätte mich auch einer anschießen und können da am Ziel noch. Da hat sich auch dann legt mich in Arsch. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt. Ja, also da muss ich ehrlich dazu sagen, jetzt bin ich überrascht. Jetzt muss ich sagen, Stuntrennen war auch nicht auch nicht interessant gewesen. Mettlerpoor, das, ah, das kennt es euch. Ja, ihr seht seht, im Laufe der Zeit werden da immer ein paar Sachen immer mehr und mehr freigeschalten. Seht seht, das sind wir eh alles gewohnt. Da hast Playstation 4 Zeiten. Ach Gott, das war Friedhof. Jawohl. Und wir haben sogar Vorräte. Ja, die haben schon sogar Vorräte. brauchen nichts kaufen. Super. Gut, die Verbesserungen können wir uns natürlich jetzt noch nicht leisten. Personal natürlich auch nicht. Momentan. 15.000 Personal war jetzt nicht schlecht. Aber wurscht, wir haben jetzt einmal eine Produktion. Wir haben den schon einmal gemacht, was kostet die. Wichtig war mein Personal um 273.000 zusammenkriegen. Aber wurscht. Wie meint's schon. Zusammenkriegen. Was haben wir? Finanz. 50 Tonnen für uns faktisch. 100, 200, nein, Knoppe 200. Knoppe 200 für uns. Ja, ich könnte zum Beispiel heute Scharkarzt kaufen. Aber das tun wir nicht. Gut. Das tun wir nicht. Haben wir ausgemacht. Äh, wo ist mein Auto? Okay. Gut, da haben wir jetzt einmal Material. Da haben wir jetzt einmal Material. Wo ist unser Bunker? Hey, bereit? Ja, meint. Ich weiß nicht, warum macht sich die Trompe das nicht selber? Man soll die Dame nicht schimpfen. Da werden wir mal auflösen. Passiv Modus gehen. Gut, dann werden wir zum Bunker das einrichten. So ruhig was. Wer beschiesst mich da? Panik da. Nik verstehren sie mich ja, siehst du das gleich, ah, ok, also das ist der Trottel, das sieht man da nicht, ja, wurscht, ich bin eh passive, normalerweise dürfte mir eh nichts passieren, äh, was war das jetzt, tja, da gibt es noch eines, neue Sitzung finden, das war sicher ein Modo, das ist der einzige Nachteil für GTA 5 auf WC, das ist die Begegnung eines Moders und ich glaube, wir haben eh schon wieder 42 Minuten, ich glaube das ist Home Sweet Home, reicht für heute wieder, gut Leute, wir haben jetzt einmal in diesem Video haben wir eigentlich eh viel weitergebracht, ein Auto ist aber da aus, da waren 13, da haben wir die Trotteln rein, ja, Home Sweet Home, sag ich einmal, auch nichts Besonderes, gut dann, bis morgen, tschau! bis morgen,